So ganz läuft der Laden noch nicht, haben wir auch gerade erst aufgemacht, aber irgendwer wird sich schon melden. Ich habe auf jeden Fall überall Werbung geschaltet, dass hier mal einer zu mir kommt, aber die geilen Superkarren bleiben irgendwie nur aus. Natürlich ist hier alles schön aufgeräumt, Sicherheit geht auch vor, Sicherheitsbrille, Latzhose, Blaumann, natürlich alles am Stissel. Und wir haben hier eine top eingerichtete Werkstatt, mit der wir hier die Autos von morgen reparieren wollen und denen mal auf den Zahn fühlen. Also wenn ihr Problemchen mit eurem Auto habt, kommt einfach bei mir vorbei. Wir setzen uns hier mal kurz in die Ecke, trinken eine nette Cola und dann geht es auch schon um dein Auto. Das ist gar nicht so schwer. Und schnell. Wow, unser erster Kunde. Gehen wir mal ran. Lenz, neben dem Apparat, Werkstatt, Seppel und Co. Autofilfunktion. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Ja, das sind wir bei mir auf jeden Fall richtig. Ich bin Profi, was Motoren angeht. Also ich kriege das auf jeden Fall weg. Achso, wann? Ja, warten Sie mal. Ich gucke mal in meinen Terminkalender. Puh, der ist ganz schön voll. Aber, ähm, wenn Sie jetzt direkt vorbeikommen, ja, dann kann ich Ihnen versprechen, dass ich mir das angucke, ja? Ja, Herr Schubert. Bitte heiße ich. Oh, warten Sie mal, warten Sie mal. Da ist noch ein Kunde am Apparat, ja? Hallo? Hallo, Hilfe! Ja, ja, Entschuldigung. Was? Ähm, kann ich es in 10 Minuten nochmal zurückholen? Nein! Ich habe gerade einen Kunden hier, ja? Nein! Dankeschön! Das sieht eigentlich schon ziemlich hässlich aus, das Auto. Scheiß, die wann an. Motorfeelfunktion! Motorfeelfunktion! continues von